Wir haben ja bereits in der letzten Folge gemerkt, Evolution meint es nicht mit allen gleich gut. Ich weiß, wir sitzen da ja im selben Boot. Aber euch waren die letzten Tiere zum Teil einfach nicht hässlich genug. Kiwis sind so süß. Und selbst das fucking Dämon-Eyei fanden einige von euch noch niedlich. Ihr seid doch krank. Also ich kann es noch durchgehen lassen, dass man den Kakapu verteidigt, aber spätestens beim Marabu ist Schluss. Schön ist er nicht. Aber gut, ihr habt euch das jetzt nun mal so gewünscht. Heute werden die dicken Geschütze ausgefahren, die Seidenhandschuhe werden ausgezogen und die freundlichen Sitten abgelegt. Der heutige Tag geht in die Geschichte ein als der Tag, an dem du gelernt hast, was dein Bio-Lehrer dir nicht beibringen wollte. Ich werde euch überzeugen, dass es da draußen absolut hässliche Kreaturen gibt, ob ihr wollt oder nicht. Und hört auf mit ihr, das Leben ist schön. Nein, nicht unbedingt schön von außen. Habt ihr dem schon mal in die Fresse geguckt? Klar, Leben ist cool und so weiter und so fort, aber wir sind hier auch zum Lachen. Nicht für die philosophische Auseinandersetzung, ob das jetzt moralisch besonders wertvoll ist oder nicht. Ja? Wir sind hier für die Memes und für hässliche Tiere. Und direkt zum Anfang erstmal ein paar Honorable Mentions, die es leider heute nicht vollständig ins Video geschafft haben. Darf ich präsentieren? Der Ibis. Nein. Der Ibis. Ha ha! Wieder mal ein Vogel, der den Storch nach dem Großbrand cosplayt. Und hier ist es sogar so heiß geworden, dass dem Typen einfach der Schnabel geschmolzen ist. Geil. Allerdings muss ich sagen, dass der Federkragen Style hat. Und wenn ich jetzt Ibisse Persin als hässlich bezeichnen würde, was machen dann die ganzen Omas da draußen mit Federschaden? Die sehen literally gleich aus. Naja, the same picture. Selber schuld sind wir Menschen dagegen am Nackthun. Und ich glaube, da muss ich gar nicht viel mehr zu sagen, als man sieht. Es ist ein nacktes Huhn. Und man sieht eine Menge, okay? Man sieht mehr, als man sehen sollte. Und da fragen sich echt noch Leute, warum Gott so lange nicht mehr reingeklingelt hat. Na, das ist doch, was für eine Scheiße will mit seinem Kram machen. Die wurden gezüchtet, damit die keine Federn haben. Was kommt als nächstes? Pferde ohne Beine? Wenn die Evolution es dir schon verbietet, richtig fliegen zu können und dir dann einfach so eine komische Spezies, die dann noch deinen Federschlüpfer wegzüchtet. Da freuen sich die Hühner jetzt nicht so drüber. Die sind wie Nacktkatzen, nur nicht als Katze, okay? Aber hey, am Ende des Tages sind es einfach nur nackte Hühner, ein bisschen Sonnenschein drauf und es direkt knusprig. Traurig, aber mhm. Dann haben wir die Matamata-Schildkröte. Wartig, freitig, asymmetrisch und evolutionär gewollt, unförmig. Also eigentlich alles, was man sich wünschen kann für dieses Format. Aber dann kommt der Smile. That goddamn Smile. Ich meine, die ist einfach nur glücklich. Karnt sich übrigens als Stein und der Panzer ist so kantig, damit sich Algen auf der Tutel ansiedeln können, damit er dann irgendwie ein sehr hässlicher Sendgarten sein kann. Aber hey, wer bin ich? Jemanden, der völlig mit sich selbst zufrieden ist, für sein Aussehen runterzumachen. You go, boy. I love you. Aber dann haben wir den Grottenolm. Und da ist schon der Name hässlich. Olm. Was ist das für ein Wort, Alter? Gab's den nicht bei Heidi? Den Olm-Öhi? Würde gern ein paar auf die Olmel hauen für den Namen. Und dann sieht er auch noch aus, wie ein zu lang liegengelassenes Spermium. Da hat er die Evolution einfach keinen Bock mehr, auf Befruchtung zu warten. Was sind das für Arme, Bruder? Was für Beine, Alter? Was für Körper? Das gibt einfach every day of the week. Kein Leg Day, kein Arm Day. Arm ist er. Aber er ist halt nur eine honorable Menschen, denn er hat eine Entschuldigung. Wie ich damals beim Sportunterricht. Denn er sieht sich selber nicht. Und warum auch? Das ausgelutschte Kaugummi wohnt nämlich in stockdunklen Höhlen-System und hat entsprechend keine Augen mehr. Also schon noch so. Im Prinzip hat er sie aber nicht mehr. Entsprechend auch hier, du bekommst einen Pass. Aber wir, die, ich finde dich mal außerhalb von deiner Höhle. Dann ist Licht im Schacht. Dann haben wir noch den Seeteufel. Der ist aber einfach nur der Sterngucker aus dem letzten Video, aber per Wasserstein weiterentwickelt. Seine Saving Grace? Naja, look at him. Er ist einfach das Kind von Pogjam und Surprised Pikachu. Und dafür kann der Rest dann vom Körper auch mal aussehen wie glattpolierter Durchfall. Außerdem lebt er auch einfach sein Aussehen. Er ist literally ein Teppich mit Mund und das ist auch alles, was er macht. Rumliegen und Essen. Und den Lifestyle kann ich nur unterstützen, ne? Er lebt das Leben, was ich gern hätte. Off the list you go. So, und jetzt zur eigentlichen richtigen Liste. Es gibt nämlich auch Tiere, die einfach null Entschuldigung dafür haben, wie sie aussehen. Und ja, ich liebe das Leben auch, okay? Ja, auf ihr Moral schon das Video zu scheißen, ja? Du hast da selber draufgeklickt, um es zu sehen. Jedes Leben ist schön, blada. Ja, aber warum sind die dann so hässlich? Zum Beispiel unser erster Listenrenner. Und ja, Tiefseefische sind geschummelt, aber uff. Uff. Wer sind bitte Sie? Smash. Anglerfisch, Seeteufel, Grußflossen, Kalmar, Schur, kein Problem. Aber von welchem Chablis Next Topmodel-Boot ist die arme Dame denn runtergefallen? Ne, wenn der Forelle Bock auf Botox kriegt. Und der Name sagt alles. Rotlippenfledermausfisch. Gut, ne, Wissenschaftler waren jetzt noch nie so kreativ im Benennen. Aber das geht doch echt zu weit, Alter. Kinda sexy, though. Wobei ich hier sagen muss, keine Ahnung, was ich hier machen würde. So hässlich. Aber ich... Ich würde es ausprobieren. Fledermaus wäre jetzt zumindest nicht meine erste Wahl gewesen. Aber Rotlippen, Arschbacken, Fußabträner macht sich jetzt nicht so gut im Biobuch. Wo sieht das bitte aus wie eine Fledermaus? Lenkdrachen, Knutschkopf hätte ich vielleicht auch noch verstanden. Oder hesslicher Nordtop B2, Fisch mit Arm. Aber das ist in keiner Welt ein Fledermau. Ist ja auch egal. Was nämlich noch viel schlimmer ist, wie die Schwarzenegger-Arme schon erwarten lassen, kann der Fisch nicht mehr richtig Fisch sein. Der läuft. Über den Fußboden. Fische schwimmen. Und selbst wenn er mal schwimmt, dann ist selbst eine fucking Muschel anmutiger als das lebende Pieck. Ass hier. Übrigens sind die roten Lippen genau dafür, woran du gerade denkst. Nein, nicht um hinterm Bauernmarkt gut aufzufallen, sondern... Nee, warte. Doch, genau dafür. Je roter die Lippen sind, desto wahrscheinlicher kommst du zur Paarung. Naja, was habe ich auch anderes erwartet, Alter. Geh einfach wieder unter deinen Stein. Dankeschön. Aber es geht, oder schwimmt in diesem Fall, wirklich noch schlimmer. So schlimm, dass es hoffentlich das letzte Meereswesen ever wird. Sag Hallo zum Inga. Hallo Inga. Ja, nur ein Wurm sagt ihr da, aber nein, sage ich. Der Inga ist eben kein Wurm, sondern einfach ein über einen halben Meter langes Wirbeltier und dazu eins der ältesten überhaupt. Das ist quasi dein evolutionärer Opa. Das ist schwimmendes Rückenmark. Cool, sagt man da, ne? Ne, da sage ich auch nein. Ne, ähnlich wie dein Opa sind die Viecher nämlich zu alt für einen normalen Kiefer und haben entsprechend was ganz Tolles aus der Uhrzeit mitgebracht. Ja, ausfahrbare Kettensägen zum Fleischstücker aus anderen Tieren rausschneiden. Hurray. Und dann sind die teils nicht mal so nett zu warten, bis irgendwas tot ist, sondern die saugen sich einfach an Fischen fest, die vorbeischwimmen und raspeln ihnen einfach das Abendessen aus der Hüfte. Alter, neue Diät. Inga Bad. Eine Sache, die aber ein bisschen cool ist. Wenn die Raspel nicht reicht, dann machen die sie einfach selbst zu einem Knoten und benutzen sich als Gegengewicht beim Löchern in ahnungslose Opferfische kauen. Natur ist wunderschön. Warum gibt's da kein Bild von Bob Ross von? Ganz ehrlich. Mal aber was Cooles. Der ist tot. Der kann nicht mehr malen. Naja. Bisschen cool, aber cool. Tja, und wer jetzt denkt, wir gehen zum nächsten Tier, der hat sich ordentlich am Fischmaul geschnitten. Denn das Beste... Oh, das Schlimmste kommt noch. Wisst ihr, wie der Inga hauptsächlich genannt wird? Schleimaal. Ist ein neuer Begriff, ne? Und warum, fragt ihr euch jetzt? Naja. Vielleicht, weil der Schleimaal das beste natürliche Bindemittel von Wasser überhaupt herstellen kann. Ich kann hier nur sagen, das bin doch einfach nur ich mit 15. Der Schleim von Schleimaal schleimt jedenfalls so krass und schnell, dass praktisch kein Fisch ihn essen kann oder überhaupt will, weil der Schleim Mund und Kiem verstopft und der Raubfisch resultierend einfach erstickt. Natur ist wunderschön. Der wichst dich tot, okay? Ich meine, da freut sich vielleicht die Rotlippen-Fick-Forelle, aber Bro, ja? In Oregon ist ein ganzer Laster mit Schleimalen umgekippt. Die haben die komplette Autobahn vollgeschleimt. Das ist einfach die Nickelodeon-Schleim-Challenge, Alter. Und man hat hier, Leute, Essen, Inga, Alter. Der LKW war auf dem Weg zu einem Restaurant. Essen ist echt eklig und der macht sich nicht mal gut bei einer Aroal-Zahnputz-Werbung. In diesem Sinne, danke, Oregon. Und jetzt müssen wir für Schauch echt abschließen, bitte sonst fange ich an, Selbstschleim zu produzieren. Und wenn du gerade dieses Video schaust, mir ins Gesicht blickst und dir denkst, dann bau dir doch jetzt einfach kostenlos in Final Fantasy XIV deinen Traumcharakter. In der Testversion von Final Fantasy XIV kannst du Stunden über Stunden kostenlosen Content genießen und auch mit mir zusammenzocken. Denn die Ruhrpuls-Gilde ist back! Zusammen mit dem Add-on Endwalker gibt es jetzt neben mehr Endgame und neuem Levelcap auf 90, auch ein richtig geiles, überarbeitetes Early-Game und noch nie war der Anstieg in das MMORPG überhaupt so leicht und geschmeidig wie jetzt. Außerdem suchen wir für unsere Truppe auf dem Serverlicht noch Sages und Reapers. Und wenn ihr gerade dabei seid, wie wär's denn damit? Die sehen doch nice aufs Oder? Aber wenn dir diese Jobs nicht gefallen, mach doch einfach, worauf du Bock hast. Das ist grundsätzlich die Divisie in Final Fantasy XIV. Sogar ein männlicher Viera ist jetzt kein Problem mehr. Und ich glaube, ich muss mir neuen Charakter machen. Der ist ja süß! Also klick dir den Finger am ersten Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar wund. Mach dir kostenlosen Account und spiel die Testversion von Final Fantasy XIV, damit du auch Teil der Community werden kannst. Wir haben auf unserem Alternativ-Discord auch extra FF14-Kanäle und da sind super viele Leute super aktiv und wir helfen dir gerne, wenn du Fragen hast oder ingame Hilfe brauchst. Wir brauchen auf jeden Fall deine Hilfe bei den neuen Inhalten und Dungeons. Also, gönn dir Final Fantasy XIV und zock mit! Kommen wir also entsprechend zur nächsten Stufe der Evolution zu den Amphibien. Und da es auch hier heute ganz toll wird, fangen wir doch erstmal sofftern mit den Regenfröschen. Das ist einfach eine depressive Avocado. Aber wait, wenn es eine Hass-Avocado gibt, dann muss es doch auch eine fucking, oh ne, ich hab eine 6 in Madden und einen Tumblr-Block-Avocado geben. Und er hier ist eine negativ erschrockene Avocado. Beim schwarzen Regenfrosch verstehe ich fast, wenn jemand noch süß sagt, aber die knuffi-duffi-Gesichter sind eher eine Rarität unter den Regenfröschen und kommen sehr auf den Winkel an. Und je nachdem, auf welche Unterart man guckt, wechselt man nämlich ganz schnell von, wenn du sauer, aber nur 1,60 bist, zu, wenn du in der Polizeikontrolle stehst und dein Kofferraum anfängt zu schreien. Ja, der gewöhnliche Regenfrosch hat die schwarzen Knopfaugen nicht so ganz gemocht und er hat's auch nicht gemocht, keinen Hals zu haben. Also hat er sich den einfach aus seinem Knubbelkörper raufgerütet. Und wie gesagt, Wüstenregenfrosch süß. Schwarzer Regenfrosch traurig. Aber gewöhnlicher Regenfrosch, nein! Und da kann mir niemand erzählen, dass er dieses Gesicht anschaut und es liebt. Nicht mal die Mutter. Der sieht aus wie Jabba, aber wenn Jabba nicht hot wär. Warte, was? Und es ging natürlich noch schlimmer. Ich finde nämlich echt, dass ein schlimmes Gesicht zumindest besser ist als ein Gesicht, das einfach nicht geladen hat. Sagt hallo zum Nasikabadrakus Zahia Drensis oder wie wir ihn jetzt der Einfachheit halber nennen, den lila Frosch. Danke, Amerika. Der sieht wirklich aus, als wäre er nicht gerendert. Der sieht aus, als würde der in ein Restaurationsvideo gehören, ne? Wenn man dem Engelpraktikum einfach einen Frosch malen lässt. Was ist das? Und als was tarnt der sich? Abgeschnürter Mutterkuchen? Das ist einfach nur eine überreife Riesenpflaume. Der hat praktisch kein Gesicht. Der ist ein Playstation 1 NPC im Hintergrund. Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass das ein Ghibli-Bösewicht ist, würde ich es dir glauben. Oh mein Gesicht. Oh mein kein Gesicht. Und dann kommt ja erst das Schlimmste. Wer in his right mind hat sich gedacht, wir geben dir zwei geilen Gesicht. Aber eine Nase muss sein. What the fuck? Und ja, der kann besonders gut riechen. Aber er sieht halt auch so aus, als könnte er es. Da bekomme ich ja echt ein bisschen Mitleid mit dem Ding. Aber er wird es ja nicht mal mitbekommen. Das Einzige, was das Ding sieht, ist seine eigene Halsfalte. Aber ohne Mist jetzt, ne? Mitleid muss sein. Diese Frösche wurden nämlich erst 2004 gefunden, weil die im gesamten Jahr nur zum Monzoom am Ende der Feld für zwei Wochen aus der Erde kommen. Dann wird da ordentlich gefroscht, Tango. Und dann verkramen die sich einfach wieder. Fürs rechtliche Jahr. Die unterbrechen Netflix & Chill für Speed Dating und bingen dann wieder The Office weiter. Muss ich schon wieder sagen, dass ich das sehr erstrebenswert finde. Warum leben diese ganzen hässlichen Tiere einfach das Sigma-Leben und ich bin nur hässlich? Passend schließe ich die Amphibien mit, was abtisch einfach kein gutes Leben hat. Hallo, liebe Wabenkröte! Zuallererst mal das Offensichtliche. Du bist hässlich wie die Nacht. Ne? Ich hab erst gedacht, ich kenn dich von der Landstraße, wenn die Krötenwanderung ist. Aber die sieht halt wirklich so aus, wenn sie lebt. Zumindest hat sie dafür einen guten Grund. Sie tarnt sich nämlich als mit und unter Laub und dann selber wie verwesener Kompost auszusehen. Hilft halt nun mal gewaltig. Negativ numero uno. Sie haben keine Zunge. Gehören zu den Zungenlosen. Das ist literally auch der Name der Forschfamilie. Das finden vor allem die Warbinnen traurig. Womit wir auch zum Kackepunkt zwei kommen. Die Männchen und Weibchen sehen das gesamte Jahr über absolut gleich aus und können nicht unterschieden werden. Außer zu Paarungszeit. Da schwillt den Weibchen nämlich das Arschloch an. Und irgendjemand sitzt in den Kommentaren und schreibt gerade, wie süßer die doch findet. Hämorrhoiden sind nicht süß. Nature is beautiful. Und wenn es dann mal zu Paarung kommt, sehen wir erstmal die absolute Schlammlawine, die Kackepunkt Nummer drei ist. Die Wabenkröten legen ihre Eier nämlich nicht irgendwo normal ab, so zwischen Pflanzen oder am Boden oder so. Nein, die kleben sich die auf den Rücken. Nicht so schlimm? Doch so schlimm. Die Eier sinken nämlich in die Rückenhaut ein. Die Frösche schlüpfen in der Hautschicht ihrer Mutter. Und wenn die dann zum vollen Frosch gewachsen sind, dann müssen die da auch wieder raus. Und da sage ich einfach gar nichts mehr zu. Ich lasse den Clip einfach mit schöner, klassischer Musik laufen. Gebt ihr mit. Und du siehst deinen eigenen Rücken sehr selten. Alter, wir müssen da zusammen durch, okay? Mach einfach die Augen zu. Oder lass sie auf. Nimm meine Hand. Okay, kannst wieder aufmachen. Wie die kleinen Wabenfroschen den Rücken vor ihrer Mutter aufmachen. Das sieht übrigens so aus. Ja, alle Leute. Ah! Es tut mir leid, okay? Aber damit haben wir es dann auch an den Amphibien vorbeigeschafft und können uns wieder den Flatterviechern von Mutter Natur widmen und uns fragen, was hat sich die Frau eigentlich beim Poutou gedacht? Erstmal sprechen wir natürlich den Elefanten im Raum an. Ja, der Vogel heißt schon wieder fast so wie Poupou. Und nein, ich habe keine Ahnung, wann Wissenschaftler es so unglaublich lustig finden, irgendwelche Vögel nach Kake zu benennen. So, was kommt als nächstes, ha? Der Schokowurst-Schnabel, die WC-Ente, die Stuhl-Gans. Man weiß es nicht, zurück zu Poutou. Um den Namensrend direkt zu relativieren, die Gattung wird im Deutschen meistens Tagschläfer genannt. Die tarnen sich tagsüber als... Großer Stock. Aber komm, Stuhl-Gans ist lustig, oder? Der Tagschläfer kommt aber gleich in mehreren wunderbaren Variationen von... Uff. Noch besser getroffen hat es meiner Meinung nach den großen Tagschläfer, wissenschaftlich auch bekannt als WTF, geh zurück auf deinen Planeten. Auffällig sind hier vor allem die... Alles. Ich meine, Jesus Christ, Alter. Und wenn wir schon dabei sind, Alter, Noah, du Arschloch, das fiel kaum mit, aber den T-Rexer saufen lassen, ja? Augen und Mund sind bei dem so riesig, um mir persönlich Angst zu machen, aber wenn ich nicht in der Nähe bin, werden damit Heuschrecken, Käfer und eine gute Flederbausch gefangen und verspießen. Also mit dem Mund. Die Augen, damit guckt er nur. Direkt in deine Seele. Und die Rufe sind, by the way, auch nicht besser. Bitte, ne? Schaut dem in die Augen, aber nicht so tief, wie gesagt, der schaut euch euer Hirn weg und stellt euch einfach vor, wie dieses Tier klingen könnte. Hast du was im Kopf? Hier ist der richtige Schrei. Ach, dachtet ihr jetzt nicht, dass sich der Ruf nach alter Mann, der in der Pfütze ertrinkt, anhört? I love him! Der sieht aus, als hätte Kojima sich den ausgedacht. Und hört sich auch so an. Wenn du mir sagst, dass da mitten in der Nacht eine gruselige Stimme im Wald nach seiner Mutter ruft, dann würde ich aber schneller das Land verlassen, als der gucken kann. Und der kann sehr schnell gucken. Aber hier geht es ja nicht um die gruseligsten Viecher, sondern um die unfotogensten. Haha, ich hab erstmal ein Screenshot von beide gemacht. Lass das! Gucken wir also rüber zum gewöhnlichen Putu. Zumindest denke ich, dass der so heißt. Den im Deutschen zu finden, scheint nämlich praktisch unmöglich zu sein. Aber er existiert, ich schwör's. Jedenfalls schaut der so aus. Ja, ne? Das Alien-Gen zurückgefahren und dafür Mr. Bean und Geralt von Riva gechannelt, aber bei beiden nur die Augen. Aber die Kombi klappt irgendwie nicht, muss ich sagen. Der sieht irgendwie so konzernend aus. Aber der Frosch-Mundi ist immer noch da, nur länger und dümmer und... Oh Jesus, Alter, ich nehme mal das zurück. Und jetzt meine Lieben, meine Liebsten, meine Bänchen. Ich hoffe, ihr seid bereit für den finalen Reveal der absolut hässlichsten Kreatur, die unser Planet jemals hervorgebracht hat. Und mit Planet meine ich uns natürlich, wen sonst? Ne, es gibt einfach Sachen, die bekommt die Natur alleine nicht hin. Zum Beispiel Kreaturen so unglaublich hässlich zu machen, dass alle Menschen auf diesem Kanal ihre Dispute niederlegen und gemeinsam auf ein Geschöpf zeigen. Ha 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 ha. Sehr witzig. Aber an diesem Punkt springt dann der Mensch ein und züchtet ganz selektiv diese Zige. Oh, das ist ja eigentlich ganz... Und damit ein herzliches Willkommen an die wunderbare Rasse der Damaskus-Ziegen. Das ist auch der einzige Kuss, den die in ihrem Leben kriegen wird. Ich habe auch erst gedacht, ich schaue mir das Arschloch an wie bei dem Frosch, aber nein, Alter, die ist richtig rum. Ha 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 ha. Und ich glaube, dazu muss ich auch echt nichts mehr sagen. Da ist alles falsch dran. Sowas habe ich in Resident Evil bekämpft. Ich bin mir da ganz sicher. Und ich glaube, das ist das, was Mutterziegen ihren Kindern erzählen, wenn sie Grimassen schneiden. Mach so weiter und das Gesicht bleibt stecken. Und ich weiß nicht, wie die Damaskus-Ziege damals als Babys einen Arsch aus ihrem Gesicht gefaltet hat, aber oh mein Gott, das ist stecken geblieben. Und es gibt Schönheitswettbewerb von denen, Alter. Ha 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 ha. Und von wegen, danke Mutter Erde. Wie immer beim Super-Gao des Negativen, danke Mensch. Ach, und für alle, denen das noch nicht genug war, hier eine Großaugenspinne. Uäh!